Einen wunderschönen guten Morgen meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 64.000 US-Dollar, wir sehen wenig Veränderung am Markt, es ist relativ ruhig. Dafür, dass wir gestern in den US-Börsen einen leichteren oder größeren Abverkauf gesehen haben, da werden wir natürlich auch im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen näher drauf blicken. Grundsätzlich, der Fahrplan ist immer noch der gleiche wie vor 2-3 Tagen, ich rechne immer noch mit einem kleineren oder größeren Abverkauf, je nachdem wie ihr das nennen möchtet. Das schauen wir uns auf jeden Fall heute im Update-Video an, außerdem natürlich auch Ethereum, Gold und die Stockmärkte. Deswegen bleibt, wie gesagt, bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst das Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt gerne einen Kommentar unten für den Algorithmus drin und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Außerdem, wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, wo ihr das alles nachtraden könnt, was wir hier besprechen, kann ich euch nur meine Partner bei so BingX empfehlen, den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung, macht euch einfach einen Account, dauert keine 2 Minuten. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei 64.100 US-Dollar. Ihr seht schon auf dem 4-Stunden-Chart keine Veränderung und auch auf dem 1-Stunden-Timeframe kaum Veränderung. Klar, wir hatten hier gestern diesen leichteren Abverkauf, da ging es dann mal von 65.000 auf 63.400, beziehungsweise in der Spitze auf 63.200 US-Dollar knapp. Hat auch natürlich, wie gesagt, mit der Börsenöffnung gestern zu tun in den USA, wo wir auch einen leichteren Abverkauf gesehen haben. Schauen wir uns dann auch gleich noch an. Aber ansonsten, an der Struktur hat sich nichts verändert. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir nochmal eben diesen Abverkauf sehen, in Richtung 60.000 US-Dollar, beziehungsweise 61.000 US-Dollar wegen dieser Ineffizienz. Die zweite würde dann hier unten kurz vor dem Golden Pocket derzeit liegen. Zumindest auf dem 1-Stunden-Timeframe, auf dem 4-Stunden-Timeframe wäre diese Ineffizienz nochmal deutlich höher und befindet sich auch hier bei 60.400 US-Dollar. Das ist der Plan. Wir haben weiterhin auch, so wie wir es gestern besprochen haben, weiterhin hier unser kleines oder mögliches Head & Shoulders Chart-Pattern, wo momentan so ein bisschen der Retest anstehen würde. Das würde auch dann wiederum zum Preisziel von zumindest dem 0,5er Fibonacci-Tracement folgen. Aber gut, das wird wahrscheinlich heute eh nichts mehr. Wie gesagt, ich gehe ungerne freitags, beziehungsweise am Wochenende in irgendwelche Trades und da fahre ich auch ehrlich gesagt weiterhin erst einmal. Was auch noch interessant ist, wir haben immer noch unser 7-E-Gap von letzter Woche bei 57.000 US-Dollar offen. Das vielleicht auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Könnte nämlich dann interessant werden, sobald wir hier das Golden Pocket dann verlieren, aber dann ist sowieso meiner Meinung nach wieder alles unter, ich sage jetzt mal 52.000, 53.000 US-Dollar in Play und sollte nicht abgeschrieben werden. Ich traue nämlich diese ganze Sache sowieso noch nicht. Andererseits haben wir auch die ganzen Bitcoin-ETF-Inflows, die in den letzten Tagen deutlich, deutlich zugenommen haben. Also wenn wir uns das einfach mal so angucken, seit 5. Juli 143 Millionen, 300 Millionen fast, 200 Millionen, 147 Millionen, wieder 300 Millionen und gestern waren es, beziehungsweise am 16. Juli waren es sogar 422 Millionen. Jetzt am 17. Juli war es deutlich weniger, da waren wir nur bei 53 Millionen. Aber gut, ist auf jeden Fall ordentlich etwas dazugekommen, was natürlich dann auch den Preis wieder deutlich nach oben gebracht hat. Auch wenn das BKA in Sachsen, was glaube ich, ihre Bitcoin verkauft hat, juckt die nicht, wenn wir im Endeffekt dann solche Zahlen dahinter stehen haben und die USA den ganzen Mist einfach weiter einkaufen. Ansonsten können wir uns trotzdem mal ganz kurz die Funding-Rates vielleicht auch mal angucken, haben wir auch lange nicht mehr drauf geguckt, wie das momentan aussieht. Aber auch das sieht relativ gut aus, sogar teilweise negatives Funding. Also momentan deutet eigentlich eher alles darauf hin, dass wir weiter nach oben gehen. Trotzdem, ich traue dem Markt nicht, deswegen nochmal so ein kleiner Tipp nach unten und dann hier unten auf jeden Fall das Long-Szenario. So, Ethereum auch gleiches Spiel, keine Veränderung. Auch hier hatten wir im Endeffekt gestern darüber besprochen, nochmal ganz kurz hoch. Ist auch so eingetroffen und dann eben dieser nächste Abverkauf. Ich habe gehofft, dass wir hier doch nochmal dieses höhere Hoch hier reinkriegen, haben wir leider nicht geschafft. Aber gut, Ziel ist auch hier das Golden Pocket bei 3.222 bzw. 3.200 US-Dollar mindestens für die nächste Long-Position. Ich hoffe, dass das beides bei Bitcoin Richtung Wochenende, vielleicht sogar Samstag, Sonntag oder sowas eintritt. Dann könnten wir erst nochmal runter zu Wochen beginnen und dann vielleicht das 7-E-Gap nach oben hin füllen, was sich dann übers Wochenende gebildet hat. Ansonsten, 1-Stunden-Timeframe gibt auch wenig hier. Auch hier haben wir die meisten Überschneidungen am Golden Pocket. Einerseits wegen Support, andererseits wegen der Ineffizienz, die hier unten noch gefüllt werden sollte. Also auch hier momentan keine signifikante Änderung. Was mir noch wichtig war, Quant. Also Quant wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann mal noch ein kleines Altcoin-Update-Video geben. Trotzdem, wir sind hier in der Nachkaufzone drin. Es hat ewig gedauert. Also wenn ihr euch das mal anguckt, wann wir das eingezeichnet haben. Das letzte Quant-Video war Anfang 2024, wo ich drüber gesprochen habe, okay, hier unten, das ist die Nachkaufoption zwischen 66 und ich glaube 78 oder 76, was es war. Jetzt ist es eingetreten, obwohl wir ja in Richtung 200 Dollar pumpen sollten. Also nur mal so am Rande. Also ich habe es auch gestern dazu geschrieben. Es soll auch echt nicht gastig klingen oder so. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Aber Geduld zahlt sich immer aus. Folgt nicht immer diesen ganzen YouTube-Trends. Die werden für Klicks generiert, damit ihr draufklickt, damit ihr euch was weiß ich wo anmeldet. Und im Endeffekt profitieren die und ihr aber nicht. Das ist nicht für euer Portfolio gut. Deswegen versuche ich immer wieder eben diese Nachkaufoption euch beizubringen oder aufzuzeigen, damit ihr im Endeffekt auch die Chance habt, hier nochmal günstig nachzukaufen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Option. Wir werden uns da nochmal, Quandt, wie gesagt, in einem separaten Video angucken, um möglicherweise nochmal eine nächste Nachkaufzone zu kriegen, sollte es wirklich nochmal tiefer gehen. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. Aber das hat sich auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr gut gelohnt, hier ewig drauf zu warten. So, back to the charts. Gold hat jetzt erstmal hier unten seinen Support gefunden bei 2425. War ja auch im Endeffekt hier der Plan. Leider ist unsere Long-Position ausgestoppt worden. Da hätte ich den Stop-Loss wahrscheinlich über 2480 einfach legen sollen. Ansonsten wäre der nämlich perfekt aufgegangen. Aber gut, ist jetzt so. Ich beobachte das jetzt hier erstmal noch ein bisschen. An sich spricht ehrlich gesagt nicht wirklich was gegen eine Long hier in diesem Preisbereich. Das war ja auch so grob das Ziel, was wir ausgerufen haben. Wir beobachten es jetzt nochmal, wie die US-Märkte möglicherweise heute noch aufmachen. Und dann entscheiden wir, ob wir hier vor dem Wochenende, man muss natürlich auch immer sagen, es sind halt auch Gebühren, die übers Wochenende anfallen, bin ich eigentlich auch kein Fan. Oder ob wir zu Beginn der nächsten Woche eine Long hier triggern. DAX weiterhin im Play, also da hat sich auch nichts getan. Wir hatten gestern mal Versuch einer Erholung, aber gut, die ist gescheitert. Deswegen auch hier weiterhin die Short-Position, die läuft. Keine Änderung zu gestern und auch kein neuer Plan, dass wir hier irgendwie long gehen sollten. Wir haben das Golden Pocket jetzt zweifach verloren. Also können wir das im Endeffekt jetzt auch erstmal wegmachen. Ansonsten gehen wir noch rüber zum Euro gegen den US-Dollar. Langsam, aber sicher geht er in die richtige Richtung. Also wir sehen hier, nachdem wir hier nochmal diesen Überschuss hatten mit unserer eben Bearish Divergence, wo wir auch drüber gesprochen haben, auf dem 4-Stunden-Timeframe und jetzt auch auf kleineren Timeframes haben wir jetzt hier den Abverkauf gesehen. Wir befinden uns jetzt hier in so einer kleinen Support-Zone. Ich hoffe, dass wir die im Laufe des Tages verlieren noch, damit wir hier dann im Endeffekt freie Bahn in Richtung 1,084 Euro haben. Und das wird hier auch unser erster Take-Profit werden. Also da werden wir den ersten Take-Profit setzen. Ansonsten ändert sich hier derzeit wenig. Und last but not least, und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum es gestern so zu einem Abverkauf geführt hat, der S&P 500 hat seinen Trend erst einmal verloren. Und das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen beobachten. Sollten wir heute diesen Bearish & Retest hier bekommen, würde ich mir sogar nochmal überlegen, nochmal in Short-Position einzugehen, weil dann könnte das für einen größeren Abverkauf wirken und dann auch im Endeffekt Bitcoin und die restlichen Märkte nach unten hin ziehen. Gleichzeitig müssen wir auch noch auf den DXY schauen. Da ist genau das eingetreten, wo wir eigentlich gestern schon mit gerechnet haben, wobei immer noch die Option besteht, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer gehen, weil die Ineffizienz noch nicht gefüllt ist. Aber ansonsten sieht das erst einmal relativ gut aus, dass wir hier diese Erholung sehen, zumindest hier hoch ins Golden Pocket dann. Ja, ansonsten war es das erste Mal. XRP-Analyse kommt da noch später auf dem Kanal. Ich denke mal heute Mittag um 12 oder 13 Uhr, wie eigentlich dann immer jeden Freitag. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Genießt das schöne Wetter, lasst es euch gut gehen, lüftet nochmal durch, wird ein heißes Wochenende. Hoffentlich auch ein bisschen charttechnisch. Und ansonsten guten Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen, liked da lassen, abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay good.